Also wer würde sich nicht jetzt in den kommenden Tagen mal über ein bisschen Schnee in den Hochlagen freuen? Hand hoch, beziehungsweise mal einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen über ein bisschen Schnee. Anfang November gibt es ja auch immer wieder mal die ersten Wintereinbrüche in den höheren Lagen. Aber in diesem Jahr wird leider alles anders sein. Denn genau zu Halloween, zum Monatswechsel, gibt es einen massiven Warmluftberg bei uns in Mitteleuropa. Der bringt in Frankreich teilweise noch mal Temperaturen bis zu 25 Grad, also einen Sommertag. Bei uns auch Regionalwerte von über 20 Grad. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Ja und das ist diese Wärmeblase am letzten Oktobertag. Die Temperaturen sind über Deutschland 8 bis 12 Grad zu hoch für die aktuelle Jahreszeit. Da kommen sehr warme Luftmassen direkt hier aus Nordafrika bis zu uns nach Deutschland geströmt. Und die machen erstmal jeden winterlichen Versuch zunichte. Ja und der Strömungsfilm, der zeigt nochmal das abziehende Sturmtief. Und jetzt rückt hier das Hoch Oldenburgier nach. Und dieses Hoch, das bleibt relativ stabil bis weit in die nächste Woche erhalten. Apropos Sturm, nochmal vielen Dank für die vielen Kommentare zum Sturm, zum Sturmverlauf. Wie es bei euch zu Hause ausgesehen hat, das hat uns wirklich sehr gefreut, interessiert. Wir konnten auch viele durcharbeiten, haben auch einige beantworten können. Und wir hoffen auch im Nachgang, dass wirklich keinem etwas passiert ist und keine größeren Schäden entstanden sind. Ja und mit dem Sturm, da kamen auch kältere Luftmassen zu uns geströmt. Aber auch die werden sehr schnell wieder in die Zange genommen. Und zwar von allen Seiten, da strömen wieder wärmere Luftmassen Richtung Mitteleuropa. Und die vertreiben nach und nach die kalten Luftmassen hier aus Deutschland und auch aus Mitteleuropa. Heute gab es hier und da vor allem im Norden noch ein paar dichtere Wolkenfelder. Im Süden, da war immer wieder mal die Sonne zu sehen. Und das wird auch morgen am Samstag erstmal so bleiben. Eben ein Mix aus Sonne und Wolken ist da unterwegs. Aber in der Nacht auf Sonntag, da lösen sich dann die Wolken immer mehr auf. Und am frühen Sonntagmorgen, da ist der Himmel dann teilweise wolkenlos. Und das heißt, wir starten am Sonntagmorgen teilweise wirklich mit viel Sonnenschein in den Tag. Das gibt wirklich den schönsten Tag vom gesamten kommenden Wochenende. Ja, und dieses Hocholdenburgia, das sorgt für eine sehr lange, trockene Wetterphase. Schon der September ist zu trocken ausgefallen. Auch der Oktober wird jetzt wahrscheinlich zu trocken ausfallen. Die Regensummenprognose bis Mittwoch nach dem europäischen Wettermodell. Nur ein bisschen was hier im Norden, an Nord- und Ostsee und in Schleswig-Holstein. Im Rest des Landes fällt kaum was vom Himmel. Zum Modellvergleich mal der Blick auf das amerikanische Wettermodell. Das hatte ja übrigens auch den Sturm wirklich gut im Blick gehabt. Und schon eine Woche vor dem Sturm hat das amerikanische Modell auf das richtige Pferd gesetzt. Da hat das europäische Modell noch gesagt, nö, nö, das gibt keinen Sturm. Aber da hatten wirklich die Amerikaner und ihr GFS-Modell die Nase vorn gehabt. Auch hier mal der Blick auf die Regensummen bis Mittwoch. Und da sieht man diesen trockenen Fleck hier von West- bis Süddeutschland. Da fällt nichts vom Himmel und auch hier ein bisschen Regen rund um Nordsee, Ostsee und in Schleswig-Holstein. Und zum Schluss noch der Blick auf das deutsche Wettermodell. Auch hier Trockenheit in der Mitte und im süddeutschen Raum nach Norden an die Küsten. Hier und da mal etwas Niederschlag, aber viel Regen ist da nicht zu erwarten. Es gibt also sehr trockenes Oktoberwetter, teilweise eben auch sonniges Wetter. Und dann gibt es hier und da diesen goldenen Oktober. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe am kommenden Sonntag. Hier ist Deutschland und wir sehen, die Kälte ist nicht weg. Sie ist nur woanders. Also quasi vor unserer Haustür oder hinter unserer Haustür, wie man es sehen möchte. Ein richtiger Kältebatzen hat sich da aufgebaut. Aber auch über dem Atlantik ist kalte Luft unterwegs. Doch was passiert in den nächsten Tagen? Das ist spannend. Wir schauen weiter in die Wochenmitte. Ja und wir sehen, die Kaltluftmassen, die ziehen sich zurück und machen schon so ein bisschen den Weg frei für diese Warmluftmassen hier über Südwesteuropa. Und die tun genau das, was wir Winterfreunde eigentlich gar nicht haben wollen. Sie kommen näher Richtung Deutschland gezogen. Das hier ist quasi die Karte von Samstag, einen Tag vor dem Oktoberende. Und wir sehen hier so ein richtiges Wärmepolster oder wegen mir auch Wärmemonster. Und dieses Wärmemonster quasi rutscht zu Halloween pünktlich einmal genau hier über Deutschland drüber und wird angetrieben von einem Orkantief hier bei den britischen Inseln. Wir sehen schon wieder sehr dicht gedrängte Isobaren. Da ist richtig viel Wind mit dabei. Und dieses Windpotenzial sehen wir hier auf dieser Wetterkarte, auch die Karte für den letzten Oktobertag. Die Spitzenböen in zehn Metern Höhe und da geht es ordentlich rund hier über den britischen Inseln 120 bis 130 Kilometer pro Stunde. Und ein Teil von diesem Windfeld, der kommt auch hier bei uns in Deutschland an. Vor allem im Norden und im Westen des Landes wären dann auch wieder Böen um die 70 bis 90 Kilometer pro Stunde bei uns in Deutschland möglich. Ja und mit diesem Wind, da kommt sehr warme Luft zu uns ins Land geströmt. Ich sagte es eingangs schon, über Frankreich bis zu 25 Grad wären da teilweise nochmal in der Mitte und im Süden des Landes möglich. Bei uns 18 bis 22 Grad. Und das ist eben, wie gesagt, deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Ein richtig warmes Halloweenfest ruht gut 8 bis 12 Grad die Temperaturen zu hoch für die aktuelle Jahreszeit. Aber wie sicher ist diese Entwicklung? Da schauen wir uns wie immer mal die Ensemble-Vorsage an. Und zwar hier für Norddeutschland die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sieht man insgesamt so eine Berg- und Talfahrt. Wir kommen erstmal raus aus dem Kältetal, die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, so um die minus 4 bis minus 5 Grad. Dann kommt der erste Wärmeberg, dann geht es ein bisschen runter und dann kommt der nächste langgezogene Wärmeberg. Und mit diesem Wärmeberg gehen wir dann in den November hinein. Und wir sehen bis Anfang November, bis zum 7. November ist einfach kein Kälteeinbruch in Sicht und damit eben auch kein Wintereinbruch. Und es bleibt längere Zeit trocken im Norden des Landes. Das sehen wir hier unten auf dieser Kurve fast wirklich nur geradeaus ohne Ausschläge. Es bleibt trocken bis zum 30. Oktober. Mehrere Tage am Stück mit Trockenheit. Und wir blicken nochmal auf die Karte, auf die Ensemble-Vorhersage mit den Sturmböen in 10 Metern Höhe, ebenfalls für den Norden Deutschlands. Und da geht es auch ganz schön durcheinander weiter. Aber im Mittel ist jetzt kein großes Sturmereignis in Sicht. Die Spitzenböen mal so 30, 40, 50 Kilometer pro Stunde. Einzelne Ausreißer 70 bis 80. Auch der Hauptlauf ein Ausreißer bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Aber im Mittel ist eigentlich nichts Dramatisches zu erwarten in Sachen Sturm bis zum 7. November. Und wir schauen zum Schluss auch nochmal auf die Mitte Deutschlands. Dieses Mal auf die 2 Meter Temperatur. Ja und auch da sehen wir, den Grill kann man fast nochmal rausräumen. Die Temperaturen steigen nochmal an zum Monatswechsel auf 15, 16, 17 Grad. Und auch danach Anfang November bleibt es eher relativ warm. Im Mittel liegen die Werte immer so um die 13 bis 15 oder 16 Grad. Und kaum ein Ensemble-Läufer geht hier irgendwie mal Richtung Null-Grad-Marke. Nur ein einzelner kleiner hat sich hier unten verirrt, ist ganz traurig hier unten unterwegs. Aber ansonsten sind die meisten Ensemble-Mitglieder hier im positiven Bereich angesiedelt. Und in der Mitte ist es ganz krass, wirklich komplett trocken bis zum 31. Oktober. Also da ist erstmal überhaupt nichts in Sachen Regen zu erwarten. Und dann gibt es hier und da ein paar zaghafte Niederschlagssignale. Also eine sehr spannende Wetterentwicklung. Nach dem Sturm kommt das Hoch Oldenburgia. Das bringt uns trockenes Wetter an diesem Wochenende. Der schönste Tag ist der Sonntag und dann zum letzten Oktoberwochenende könnte es windig werden. Und mit diesen Windbewegungen kommen dann auch die warmen Temperaturen zu uns nach Deutschland geströmt. Am letzten Oktobertag ein Halloween, teilweise Werte von über 20 Grad. Und ein früher Wintereinbruch ist in diesem Jahr zumindest in der ersten Novemberhälfte eher unwahrscheinlich. Tja, der Winter wird noch früh genug kommen, das ist wohl klar. Also da müssen wir nicht traurig sein. Und in diesem Sinne auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Und wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Und natürlich auch darüber, wenn ihr unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube abonniert. Tschüss und bis bald ein schönes Wochenende. Tschüss und bis bald ein schönes Wochenende.